Musik Immer wenn ich dieses Geräusch höre, denke ich an Weihnachten, denke an meine Kindheit und denke an die Adventszeit, wie spannend diese war, wie wir nach Geschenken gesucht haben, die wir meistens nicht gefunden haben und wie es dann Heiligtabend war, wenn wir den ersten Stern gesucht haben. Und wenn wir ihn gefunden hatten, dann gingen wir zurück und stellten uns vor der Wohnzimmertür an und warteten und warteten, bis dieses Geräusch ertönte. Und wenn dieses Geräusch ertönte, ging die Tür auf, es gab Weihnachtsmusik, es gab Lichter, die wir gesehen haben und natürlich auch Geschenke. Und natürlich freuten wir uns, es war ein Leuchten in den Augen und das Gleiche sehe ich heute, wenn meine Enkel zu mir kommen und wir wieder mal zusammen Weihnachten feiern, dann gehen wir nach dem ersten Stern gucken und wenn wir den gefunden haben, dann gehen wir zurück, stellen uns nach Größe an und warten, bis dieses Geräusch ertönt und dann ist Weihnachten.